moin freunde es geht los heute ist dienstag und heute ist cash tag und jetzt geht es dabei los eine dose auf multi zu finden schauen wir mal was kommt ich bin mal wieder in begleitung jo diese runde geht zum heimatmuseum schloss schönebeck in bremen nord und hier kommt die ominöse frage wie viel dachfenster gibt es in diesem schloss und dann wollen wir die mal eben zählen und dann müssen wir wieder was ausrechnen ich gebe zu schloss habe ich mir eigentlich immer ein bisschen anders vorgestellt aber aber so ist das nun mal brettern anzahl die jetzt bitte die bretter und hier ging es jetzt über eine brücke und man muss die bretter zählen so jetzt mache ich mal eine kleine pause auf einer bank und guck auf die wiesen vom schloss und meine beiden weggefährten sind fleißig am rechnen um die koordinaten fürs nächste ziel herauszufinden es war ein schöner vormittag trocken zwar keine sonne aber prima wald luft und dann können wir schon mal wieder ein kleines video davon bauen und schauen wir mal wie die letzte station aussieht das feine und gesehen alles klar ja leute wir sind auf letzten meter diesmal zur bonus dose die so fast zwei kilometer vom letzten final weg ist mal schauen was es da zu finden gibt und hier soll der bonus irgendwie sein das wenn du das machst ist das gefährlich ich gebe jetzt zu ich habe den cash noch nicht mal gefunden aber ein fingerzeug von unseren oberläufer der hat mir denn gleich dem weg gewesen dass ich denn auch die dose finde so und dafür bringe ich ihnen die dose dass er frohen mutes locken kann denn lock uns doch mal bitte das ist jetzt der super bonus und spielzeug für kinder aber keine reisenden die irgendwie weiter wollen jetzt kommen wir zum ende bist du das erste mal auf diesem kanal dann freue ich mich wenn du ihn abonniere nach dem abo klick bitte noch die glocke weil dann wirst du immer unterrichtet wenn es was neues hier auf akora media gibt ja freunde das war es dann unser kleiner ausflug ins bremer umland ins grüne und jetzt machen wir uns nach dem locken wieder auf dem weg nach hause ciao bye bye bis zum nächsten cash